Kannst du ihn irgendwie fallen lassen? Zurück zum Spielen auf jeden Fall, ma? Nein, ich will nicht schon wieder kämpfen. Aber danke. Fahr, fahr, fahr! Boah! Ich glaube, irgendwie der ist tot. Aber richtig tot. Guck, wie die wegrennt. Was ist ein Schisser? So. Stopp! Boah. Alter. Hat die mich zum Boden gehauen, ey. Gib mir dein Auto. Gib mir dein Auto. Gib mir dein Auto. Dankeschön. Das ist Polizist. Ich habe ihn genau gesehen. Polizist. Er ist weg. Schade. Weil ich suche gerade, nehm ich nach einem Polizist. Und zwar extra. So. Wo kommt denn hier ein Polizist? Oh. Tut mir leid. Stopp! Warum ist die rote eigentlich immer? Wer ist denn da oben? Alter. Pä, 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 pä. Au. Die Kamera ist kacke. Okay. Ich muss weg. Oh, 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 oh. Okay. So, ein bisschen. Alter. Jetzt sterbe ich. Das war's. Oh, fäll. Die haben uns vollblatt gemacht. Aber richtig. So, ich möchte auf jeden Fall immer noch an einen Polizisten. Dann machen wir das mit dir. Oh. So, aber bleib stehen. Ich sagte, bleib stehen. Oh, was ein schöneres Auto. Ambulanze. Wie toll ist das denn? Lala. Haben wir auch noch nicht gesehen. Hier, guck mal, guck mal. Achtung. Und. Hopp. Richtig erwischt. Oh, oh. Die verfolgen mich. Wir machen eine kleine Verfolgungsjahr, liebe Freunde. Und das Auto bricht fast auseinander, wenn man hier um die Kurve fährt. Schau, guck euch das mal an. Der kippt fast um. Fall ins Wasser, fall ins Wasser, fall ins Wasser. Nein. 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 Der hat uns. Scheiße. Och Jungs, ich hab keine Lust mehr, ich geh jetzt hier eine Aufnahmepause machen, ganz ehrlich Habt mich auch voll Hunger und so und ist auch noch voll früh am Morgen Na gut, meine lieben Freunde und Okay, das muss jetzt aber sein Direkt am Polizeirevisieren, bestimmt keine gute Idee Also hier ist ganz gut, die können hier nicht durchschießen BAM, 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 BAM Au Aua This is the police Ihr wollt wohl eher leben Eieieieiei Ich komm nicht da an die Munition ran Oh oh Jetzt hab ich die Arschkarte Oh, guck er hier Wie schön Oh, ist das ein cooles Ding Oh oh Wuhu Jetzt ergeht das ab Wuhu So ist das Ding schnell, ey Dututututututututututututut Autsch Ha Krass ey Boah, das geht aber voll auf den Sack hier Aber schnell ist das Ding Noooon Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Aufnahmepause. Dankeschön fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Ein neuer Tag bei Sleeping Dogs beginnt. Ich wollte heute eigentlich gar nicht aufnehmen. Habe dann beim Aufnehmen gesehen. Moment. Du hast gar keine Folgen mehr. Du musst so oder so aufnehmen. Und so begeben wir uns in ein neues Abenteuer. Ohne Wenn und Aber. Damit ihr morgen was zum Schauen habt. Sag mal, was redet ihr denn schon wieder? Willst du mich verarschen, du blöder Wichser, ey? Sag mal, und du beschwerst dich, oder was? Was zeigst du mir in den Mittelfinger, hä? BAM! Na, renn! Renn! Der rennt gar nicht. Na gut, okay. Wir gucken, was wir so machen können. Full-Long-Überführung. Ein Modetipp. Oh! Modetipp! Ich will keinen Modetipp. Ich sehe toll aus. Ich bin der knorkigste Mann der Welt. Ah, die Denlow-Endi. Drogenratze, 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 Drogenratze. Ich sehe nur überall Drogenratze hin. Achso, da ist auch... ...die Beweiskette. So, den haben wir trotzdem noch einer rein, damit er endlich tot ist und endgültig die Fresse hält. Können langsam mal richtig Schusswaffen ins Spiel kommen. Nicht nur, dass ich irgendwelche Farben muss, sondern dass es durchgehend so geht. Ups, tut mir leid. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum rennt denn einer raus? Der rennt jetzt nicht zu mir, oder? Ne. Hallo! Ich bin so böse. Ich renne weg, renne weg wie beim Klingelstreich. Okay, los geht's! Du bist okay? Nein, ich bin in großen Problem. Ich brauche wirklich deine Hilfe, bitte. Was ist falsch? Es ist... Es ist das... Eine Schuss? Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht. Das ist es? Das ist dein großes Problem. Ja, danke dir so viel, Wei. Ich wusste, dass ich dir richtig vertraut habe. Keine Worte, Tiffany. Ich bin mir vorgehalten. Danke, Wei. Du bist das größte. Ja, für manche ist das ein großes Problem. Für uns ist das ein riesengroßes Vergnügen. Nein, ich will ihn nicht wiedergeben. Oh Mann, oh. Wie doof ist das denn? Ich will diese BMW nachmachen hier. Punkt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Wir kriegen über einen Sachschaden. Ja, ich will noch vorbei, ohne einen Sachschaden zu verursachen, aber... Oh Mann! Die haben mich ja nicht gelassen. Ich bin völlig unschuldig. Verpiss dich, Mann! Blüder Sack, ey. Oh, der geht aber ganz gut ab hier, der Wagen. Bam! Für die, ähm... Nein, also ich glaube nicht, dass wir dafür diesmal viel bekommen. Viel zu viele Sachschäden! Ei, 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 ei. Mein Gott, fahre ich hier einen Dreck zusammen. Hallo! Oha, da liegt ne... What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Fang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that actually. Officer Shen, take up a firing position. Ah, hallo? Ihr wollt mir jetzt nicht wehtun, oder? Okay, you ready? Okay. Bam! Okay, erzählst du, ist ganz einfach. Ja, ja. Oh, ja. Die haben echt gute Fantasie, die Jungs. Hang on, let's just talk about this. Fuck you. Let's go! Damn it! Boah, über den hier. First he is in cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Ah, okay. I want you to put some bullets in a few things. Ja, toll. Ach, ich muss die da töten. Mein Gott, man trifft so gar nicht, Mann. Ja, ich gucke. Oder, warte, wenn ich jetzt so mach? Doch, geht. Wieso kriege ich keinen von denen? Wo gehst du, Wade? Hä? Muss ich den Fern... Ach, den Fernseher. Wie schwul ist das denn? Pop, pop, pop. Blindfeuern! All right, good. By now... Hey! The van must have appeared on the scene. Der Lieferwagen! Yeah, wir sind so motherfucking gut. Die feindlichen Schläger eliminieren. Fahm! Fahm! There was a shooter. Firing shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Natürlich kann ich das. Oh, wie geil ist das denn? Coole Sache. Oh, geht das ab? Hat das Auto lahmgelegt? Okay, wie? So, das? Yeah! Oh mein Gott, warum hat er den Toten erschossen? Toll, der hat gar keine Handschuhe angehabt, jetzt könnte es der gewesen sein. Hmm, der lokalen PD ist auf der Weg. Du sollst gehen. Nein! Du Schwein! Müssen wir jetzt abbauen? Nö, müssen wir nicht. Oder doch? Nein. Na toll, echt wenig Erfahrung gesammelt. Halt eine Belohnung. Kann die Dateneignung weichen? Was? Nö, 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 nö. Oh, verdammt. Ich habe irgendwie Kacke gebaut. Liegt da Munition rum? Nee. Schokolade. Okay. Ah, und ich bin weg. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin Willy weg hier. Oh, das denn kann gar kein Willy. Okay.